Joach Herzlich Willkommen bei Mad Max Was ein wunderschönes Spiel Muss mich ein bisschen orientieren aber ist aktuell für günstig Geld abgegriffen Wurde mir von vielen Leuten empfohlen Da wird sie mal spielen Ja, siehst du? Das ist wo die Die Schraubbe, die Schraubbe, die Karte Die Schraubbe, die Schraubbe, die Die Schraubbe, die Schraubbe, die Ja, siehst du, da Schraubbe, der Schraubbe ist der König, und er ist ein großer Schraubbe von der Gasteine, du siehst Schraubbe immer die besten für sie selbst, du siehst Aber sie ist nicht hier, du siehst? Ich sehe die Landwirte. Ich habe meine Karte zurück. Bitte, bitte, bitte Ich habe eine Idee. Es ist besser für Sie und es ist besser für mich. Ich habe meine Schraubbe, die Schraubbe ist schraubbe, sie wird niemals wieder Ich kann Ihnen eine Fahrrad, eine die Schraubbe ist schnell und schwerer als die Schraubbe ist wie Schraubbe ist Wie schnell? Der Gute ist ja sehr aufgeregt Hauptmissionen abgeschlossen, der ungezähmte Mein Auto ist fort und Skrotus war Bois geschrottet. Ich brauche einen neuen fahrbaren Untersatz und zwar bald Kann dieser bizarre geisteskranke Mechaniker mir helfen? Fernglas Benutze das Fernglas, um Gebiete aus der Ferne auszukundschaften ist auf eins W kann ich suchen wieder raussuchen aber wegen mit der Maus, okay Zuerst möchte ich mir diesen Platz mal anschauen Zuerst möchte ich mir diesen Platz mal anschauen Ja, ich habe dir viel zu zeigen Wenn ich etwas übersehen habe Aber anscheinend ist hier echt nichts Na gut Bring ich mal gleich rein Unser bestes Gefährt Der hat den Wagen ja nicht gewendet Wutsch mal Was ist dieser Ort? Du bist in den Outer Graben Da ist der Wagen Der Wagen Der Wagen Ich bin nicht sicher Nein, aber wir sind auf dem Boden Es geht nicht mehr als das Das ist gut Das ist gut Wenn du bereit bist, Saint Mein Heiliger Geheimnis ist es Okay Hm Wollen wir mal was wir haben Oh, Länge, mal draus dem Reifen Nicht schlecht Wir haben eigentlich falsch an Mäßig Ja, es ist okay Komm und sehen Komm und sehen Komm und sehen, oh Saint A dream A hallucination Bekommen truth The Angel made steel By the fire that moves the piston By the tranny on all high By the cam and the u-joint Blessed be There she lies A magnum opus There she is Ha Ha You've seen her car It's just a mess of parts No No, no She's knowledge from the numinous Hm? Divinely inspired She wills herself upon this world Look See? Here Divine means dryshaft And a symbiosis of faith Modded and made to measure You mind some of that Old time religion, huh? I got a classic whammy turbo hide dog Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested Statically upgraded with chumbuck and overdrive Coils And springs Shocks And links too It's gonna be eight cylinders, nothing less Yes We will get there Yes But first We have to get her Mutificial body Show me where it is Yes Come No time like the present Come on, She We must go That's not a short We will liberate her body From a place sad and strange Where the chariots of old went to die To place that call The grave Huh? But we must go In the dead of night And the For their guardians are away On their front Yeah We are low on fuel So Unfortunately With gas time Comes the blessings of gasoline We should Find enough fuel cars To make it For the graveyard Over there Fuel cans Is To make it To make it No way To make it To make it To make it Is going to be safe To make it I don't know To make it Do not make it That's all Wer war hier ist lange weggegangen. Lange mit allen Dingen zu benötigen. Hier gibt es Puhren. Bleib deine Augen, Peter. Big Steelo Giftbox. Welche preisen Sie halten? Sie ist aus Gas. Cockroach, schaust ein Co-opse. Hallo. Sie wollen die Schmerzen? Jetzt müssen wir warten. So, hat noch jemand was? Nein. Ich weiß aber nicht, wofür ich den Shot brauchen werde. Oh, ich nehme ihn mit. We are in luck. This rare hall, we may refuel and demolish. Pilara, all the way to the rim. Alex. Einen wunderschönen Dach. Die Phrase ist voll. Haha. Wie geht es dir? Hast du noch einen Tank? Nice. Ich nehme natürlich so viel mit, wie ich ihn mitnehmen kann. Erstmal möchte ich hier hinterschauen. Da wirkt sich nämlich noch was. Du kannst mich nicht verarschen, Spiel. Sehr schön. Nehmen wir noch den Tank mit. Ja, wir bewahren den Kanister auf, oder? Ähm. 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 Was wollte ich denn nicht? Oh, ich kann das aufbewahren. Vielen Dank. Ich bin ein Tank. Aufwärtschönen. Jetzt, wir machen uns aufwärtsen. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich bin ein Tank. Das ist ein Tank. Das ist ein Landstorm. Das würde passen, tatsächlich. Jedes Mal muss ich diesen komisch Hintern anschauen, bei dem Typen, der hier drin sitzt. Auch nicht schön. Und für den können wir noch upgraden. Wir haben schon eine Arme. Keiner rund um. Der Garten ist unverwärts. Der Gäselin, ein Blast und wir lassen sie offen. Hier, Rocketman. Also, wir machen das einig. Ah, okay. Verstehe. Ich dachte, die können ja einmal durchbrechen. Aber ich glaube, wir haben eine bessere Idee. Was für eine Verschwendung von Treibstoff? Ich kann nicht Autofahren mit DRC. Das wird mir immer ein Buster. Ich hätte das vielleicht nicht so eingeschätzt, aber ich bin da doch ganz gut. Die Streibstoffe, die in diesem Katerkopf, mögen nicht Strangern. Ah! Wir sind schmerzende Mann-Killers überall. Beide auf! Oh mein Gott, oder? Ja. Wir sind nicht so. Oh, fuck. Oh. Wer träumt die Hände? Oh, das ist ein Branding. Macht schon nichts. Das macht schon nichts. Wir sind immer noch Versuche auf der Kompostorie für das Auto. Weißt du, ein kleiner Stein in der Mitte? Links und rechts ist ein Wett in der Unterkriege. Das wäre klar. So. Durch. Holy moly! Oh man, oh man, oh man, oh boy. Oh, wir brennen. Wir sind Kölnflammen. Outwheeled on the way. Um, gibt's Wind, boost her? Shit, 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 heiß, heiß, heiß. Ich hab's geschafft. Da, unsere Prizes. Wichtig, für die Gelegenheit. Go, go quickly. The only way to get up there is through those cave tunnels. Okay. Aw. Get the car and place down here. I'll lower the body onto it. Yes, 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 yes. You will be ready? I will... Oh. Wir werden doch schon beobachtet. Es kann nicht sein, dass uns das gar nicht gehört hat. In der Zeit. Oh. Maybe I could zip down this. Okay. Putzchen wir mal. Here anymore. Flashlight. In. Oh je. Oh je. Oh je. Es kann nicht nützlich sein. Es funktioniert auch. Ist da rote Augen? Oh. Bitte sehr. Kein Horror-Spiel. Ah. Jetzt sammeln. Oh. Sir. Sir. Excuse me, sir. Oh, ich kann die Weiserschläte auch füllen. Das ist mehr als willkommen. Das ist der Anfang. Okay, weiter geht's. Ich bin alle Teile mit, die wir brauchen können. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich in einem großen Kampf aufwickelt werden. Ist abgesucht. Ist gut zu wissen. Können wir hier weitermachen. Karosserie auswählen. Liedhof. Shovelface. Wild Hunt. Deathrattle. Die Roller. Ganz ehrlich. Von allen Karren, die ausgewählt sind, das ist die geilste. Jawohl. Wie kommen sie an, dass sie noch rauskommt. Es läuft sich ab wie in einem ganz normalen Autodack-Shot. Oh, bitte. Oh, bitte. Komm! Okay. Okay. What the f**k? Damn. Ich hab fast damit gerechnet, dass es nicht mehr da kann. Ich kenn doch mein Spiel. So. Wo hast du schon ab? Oh, hat er mich zu? So. Nein. Stay down. Boah. Lauf. Boah. Dann hat sie mich verschwimmen. Woa. Oh. Oh, oh. An. Dann brennt das mal alles. Oh, oh. Ich steige. ein bisschen zu heiß hier oh oh this girl is on fire what do I do oh Oh, was ist das? Okay, los, 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 los. Die sind keine Blut-Party, die das ist, oder? Oh, was ist das? Ah, okay, Autokampf. Und benutze, hm, und... Um die Schrotflinte auf die Schwachstellen zu zielen und zu feuern. Und benutze, hm, und A und D. Und fahre links oder rechts von dir, um zu rammen. Okay, okay, okay. Ich gucke mal an. Ich schiebe den. Oh Gott, das war geil. Entschuldigung. Fahrerflucht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich bin ein bisschen zu leise, heute. Moment. Das kriegen wir sofort hin. So, jetzt müsste es aber auf jeden Fall viel, viel besser sein. Gerade von Auspegelung. Das ist das Problem, dass die Krux mit den Spielen, gerade wenn es Actionreich wird. Dass, äh, der Bastel doch... Dass der Bastel doch sehr prominent ist. Weg. Ich bin ein Schrotflinte. Ich muss ihn seitlich rammen, okay? Das geht. Aber wir müssen ihn ja nicht unbedingt töten. Wir können ihn ja fast am Leben lassen. Oh, ich bin ein Schrotflinte. Wir sind lebens und frei aus dem Schrotflinte. Warte, aber etwas ist los. Ich kann es jetzt fixieren, wenn du stopfst. Oder später. Ich bin in meinem Sanctum. Ich bin dein Wahl. Wir sollen das Ding auf jeden Fall wieder reparieren lassen. Und für den nächsten Karusse... Auf der Straße, nach nirgendwo, können wir auf jeden Fall ein ganzes Fahrzeug wieder gut gebrauchen können. Ich weiß nicht, ich finde die Karusse echt geil gemacht. Oh, das ist wie einparken. Hat auch nie. Home, sweet home. Oh, guck mal, Doggy. Doggy ist zurück. Ja, da ist der Opus nun. Na, er muss auch mal wieder zum Zahnarzt. Okay. Muss ich noch dann helfen. Gut, dass der ganze Schrott auch auf der Karte verzeichnet ist. Macht es einem einiges leichter. So, wir haben alles, was wir brauchen? Just Junk und Parts. Ah, ja. Aber der Jagd-Tipp, ist nicht hier. Ist nicht, ist nicht hier at all. Ja, ist in meinem Lack. Für, äh, es ist gerade da für einen, äh, selten, selten Kieper. Was redet der Typ eigentlich? Ich hol mir ein paar Widerhaken. Denn, mal ganz ehrlich, wer hat schon was gegen Widerhaken? Epische Animationen für Widerhaken. Ich habe den Jagd-Tipp. Willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnum Opus gebaut und angepasst. Eine Kategorie Harpune ist mit dem Missionenziel grün markiert. Geh dorthin und montiere die Standard-Harpune. Okay. Max hat den Widerhaken und genug Schrott beschafft, um die Standard-Harpune anzubauen. Gut. Standard-Harpune für 15 Schrott kaufen? Natürlich. Erfolgreich installiert. Max hat genug Schrott angesammelt, um ein RAM-Git anzubauen. Dann rammen wir doch mal. Alles drauf, was geht, würde ich sagen. Erfolg installiert. Okay, okay, okay. Ja, da sehe ich das hier noch nicht. Die Harpune sieht man nicht, das RAM-Gitter. Ha. Ist auch nicht so sichtbar, muss ich sagen. Können wir noch hier was machen. Ansterung. Okay, 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 was ist das hier? Eine Kühlerfigur. Kann man da schon irgendwas nehmen? Nein. Hier gibt es eine ganze Menge. Werkstatt. Ich glaube, das war alles, was wir freigeschaltet haben. Ich glaube, das war alles, was wir freigeschaltet haben. Ich glaube, das war alles, was wir freigeschaltet haben. Ich glaube, das war alles, was wir freigeschaltet haben. Ich glaube, das war alles, was wir freigeschaltet haben. Wir haben mal hier. Wir bringen ihn nicht weiter in Gefahr. Oh, er kommt mit. Okay, den kann man jetzt wegrammen. Wow. Das, was ich treffen möchte mit dem Auto, treffe ich nicht. Und Steine treffe ich auf jeden Fall immer. Weil es bedeutet auch wahrscheinlich, dass ich das Auto dann kaputt mache, wenn ich dagegen fahre, oder? Oh, wir bauen echt neue Maschine. So viel steht schon mal fest. Geronimo. Okay. Ah, wie geil. Wie geil ist das denn? Einfach mit dem Harpoon umgezogen. Dauber. Wo sind die Parts? Steine put. Ist ja gar nichts. Ach, schade. Na gut, kann ja nicht immer erfolgreich sein. Auf zum nächsten. Das erste Mal, wo ich Mad Max spiele. Bis zum Sädenpunkt gefällt es mir sehr, sehr gut bisher. Ähm, ist der Action-Laden. Natürlich alles völlig überzogen. Aber darum geht es ja auch. Wind in den Haaren habe ich gerade so ein bisschen bekommen. Ähm, wo komme ich da hoch? Ab hier, oder? Da sind ein paar Container, die ich noch ein bisschen scavengen kann. Los geht's. Los geht's. Ich muss nur aufpassen, dass das Ding nicht auf mich fällt. Das wäre schlimm. Tun sie auch noch was. Ah, der denn da. Rück. Die billigen Pätze, bitte. Hier soll es auch noch ein bisschen Zeug geben. Hoffe ich zumindest. Nicht da hoch? Halt der gute Herr so. Oh. War ja gar nicht der Herr. Die nennen hat ein Gastgeber hier. So, lasst ihr wenigstens was fallen? Nur auf jeden Fall. Alex, wie war dein Tag? Gut bei dir. Doch, gar nichts rum. Doch, hier. Nehmen wir mit. Oh, man könnte noch was sein. Hau mich da hoch. Doch, schon mal nicht. Vielleicht darüber. Auch nicht. Willst du da hochfahren? Ich will doch nicht sagen. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Egal. Wir haben genug, oder mehr als genug Schrott, dass wir damit klarkommen. Und ansonsten können wir immer wieder zurückkehren. Aber das sollte erstmal für den Moment reichen. Was ist der Grund für diese Kämpfe? Guten Morgen. Die Krufe, die von der ganzen Kruppe. Und sind in Kahn. Sie müssen in Gasstown sein. Und in Gasstown. Guten Morgen. Ich wäre auch nicht böse, wenn ich mich selber ein bisschen verbessern könnte. Im Spiel. noch nichts rum mein benzin ist hier immer sehr sehr jetzt sehen wir Die Flammenrohr wird gefördert. Und das lässt man zu, dass es gestärkt wird, hütet das Feuer fast alle auf der Stelle. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt, den wir ausnutzen sollten. Oh, ist das eine Raffinerie? Eine Öl-Raffinerie? Die bauen wir auf jeden Fall. Los geht's. Nicht der erste, den wir entdecken. Okay. Das ist alles. Zwei Leute? Ach, fliegen wir. Weil sie nur keine Alarm auslösen. Ich fahr hier einfach mal runter. YOLO. So. Oh. Wow. Das war ein schneller Tod. Ich wollte eigentlich den Turm mit einer Harpune angehen. Das heißt, ich fahr erstmal ein bisschen weiter weg. Nicht ganz nah ran. Das bringt es auch nicht. Aber durch hier. Das ist ja nicht aus dem Autoflid unter mich, ehrlich gesagt. Das ist ja nicht aus dem Autoflid unter mich, der hat er nicht auslösen. Oh, das ist ja nicht auslösen. Das ist ja nicht auslösen. Das ist ja nicht auslösen. Was ist das? immer schönen Haken laufen was war der Typ ich hab keine Muni nein oh wow wenn man nicht seht wie ich den erledigen soll da ist nur Feuer vergessen das ist auf jeden Fall kein Spaziergang laden wir nochmal wieder und wir machen mal hier ein kurzes Päuschen und ihr schreibt mal einen Schritt wie ich da angehen sollte